Moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch Shein-Klamotten oder Utensilien-Items, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich hatte in den letzten zwei Monaten ein paar Mal bei Shein bestellt und ich habe es vergessen, in einem Video zu zeigen. Also ein paar Dinge werdet ihr schon von anderen Videos von mir kennen. Also wenn ihr mich intensiv verbeugt über meine Videos, wisst ihr das. Aber trotzdem wollte ich das jetzt hier nochmal in einem Shein-Haul festhalten für euch. Ich würde sagen, wir machen wie immer. Ich blende euch hier die Sachen ein, wie viel sie kosten und blablabla. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Viel Spaß. Als erstes starten wir mit einer Tasche und zwar ist das diese hier. Die kennt ihr bestimmt schon aus mehreren Videos von mir oder Fashion-Videos. Und das ist so eine schwarze mit goldenen Riemen, Henkel und oben ist sie nochmal so mit schwarz. Die kann man auch so ranziehen. Dann ist sie ein bisschen länger. Dann könnt ihr die auch auf Shoulder zeigen. Ähm, ich meine Crossback. Und hier ist sie mit einem Knopf. Und da ist dann hier so eine Rille und da so eine Rille und dann hier so noch ein kleines Fach mit einem Reißverschluss. Da kann man dann kleine Dinge reintun. Ich fand die sehr, sehr praktisch. Sie sieht schon ein bisschen unformig aus, aber das finde ich nicht schlimm. Generell finde ich das nicht so schlimm. Ähm, ja. Zu den Knopf, da habe ich früher, als ich sie bestellt habe, da dachte ich so, oh, hoffentlich ist sie stabil. Aber Leute, sie ist super stabil. Da sind schon tausend schwere Dinge drin gewesen. Und wenn es Klick macht, dann hält die auf jeden Fall sehr gut. Und die war sehr, sehr praktisch. Das Problem da leider dran ist, die ist schon ausverkauft. Aber ich werde mal schauen, ob ich eine ähnliche finde. Dann wird ihr das hier irgendwo im Bild angeblendet sehen. Kommen wir zu der nächsten Tasche. Und das ist diese schöne grüne Tasche hier. So sieht die aus. Auch wieder mit einem, mit einem, ach, es juckt. Mit einem, wie nennt man das? Knopf. Und dann innen drin sieht die so bärenrot aus. Hier ist auch noch so ein Teil. So, das kann man daran binden, aber das sieht super scheiße aus. Also, das kann man eigentlich im Müll schmeißen, ehrlich gesagt. Und dann ist hier auch so ein Reißverschluss. Könnt ihr auch dann irgendwas reinziehen, was ihr Kleines habt. Und dann wieder mit Klick ist sie definitiv zu. Ähm, ich, äh, an dieser Tasche gehörte vorher dieses, diese Kette. Die ist, ja, das Geräusch sagt schon alles. Es ist sehr, sehr billig verarbeitet. Und es ist in diesem Gelb-Gold. Das fand ich so hässlich. Deswegen habe ich mir dann dieses gekauft. Das kann man extra bei Shine-Ski-In bestellen. Das ist dann ein Metall, ähm, Metall-Hänkel-Kette, wie man die auch nennt, die man an der Tasche ran machen kann. Finde ich sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr robust und stabil. Also Metall halt. Fand ich super cool. Und mit Silber sieht das auch wesentlich besser und hochwertiger aus, finde ich. Also auf jeden Fall eine große, große Kaufempfehlung. So eine Metall-Tasche. Die könnt ihr auch in jede andere Tasche von Ski-Innen ran machen. Fand ich super. Und super stabil. Das muss ich schon. Dann habe ich so ein Turban gekauft. Turban, das ist dieses, was man so eindreht. Und dann ist da so ein Knopf dran. Und dann macht man das hier hinten an dem Knopf dran, wie ihr da sehen könnt. Finde ich sehr, sehr praktisch. Das ist dieses Mikrofaser. Das ist das. Damit scheidet ihr eure Haare nicht so. Und ich habe das extra groß. Also das ist extra für lockige Haare. Ich würde euch auch empfehlen, die zu nehmen, die für lockige Haare sind. Weil die sind dann ein bisschen größer. Und wenn ihr langere Haare habt, passt das auch besser. Und wenn ihr dicke Haare habt, passt das auch besser. Oder wenn ihr lockige Haare habt, passt das besser. Wenn ihr kurze und schmale oder dünne Haare habt, dann reicht auch so dieses normale. Aber ich habe das für dickere Haare und Locken genutzt. Und das ist super, 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 super. Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Auf dem Kopf als so ein raues Handtuch. Handtuch, genau. Dann habe ich hier Piercing. Hier ist jetzt nur einer drin. Ich habe mir drei gekauft. Den einen trage ich hier schon in der Nase. Den kennt ihr eigentlich auch schon. Den trage ich immer. Den finde ich sehr, sehr praktisch. Der zweite, den habe ich irgendwie verbummelt oder so. Aber das ist der dritte. Und ja, Edelstahl-Piercings. Mit dem kann man eigentlich nichts falsch machen. Deswegen finde ich die auch sehr, sehr gut. Und dann hatte ich noch so eine Kette. Kennt ihr auch schon bestimmt. Die hat so ein, zwei, drei, vier Ketten hat sie dran. Die kann man leider nicht einzeln tragen. Ich habe gedacht beim Kauf, man kann die alle einzeln tragen, weil ich fand diese hier sehr cool, um alleine zu tragen. Und auch die untere hier, diese hier mit diesem Taler, fand ich sehr cool. Um die mal alleine zu tragen, kann ich leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber insgesamt finde ich die auch sehr, 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 sehr schön. Kann man jetzt nicht sehen. So sieht die aus sehr, sehr schön. Äh. Wieder dran machen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön ausgetragen. Und halt wieder in Silber, ne? Ich bin halt echt so ein Silberträger. Aber Gold finde ich persönlich nicht so schön an mir jetzt. Dann habe ich mir Nägeln von Shein bestellt. Und das sind diese hier. Die kennt ihr auch schon bestimmt. Dazu habe ich euch auch eine Review gezeigt. Die findet ihr hier oben auf dem i. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Falls ihr euch solche Nägel kaufen solltet, schaut euch unbedingt zuerst mein Video an, Leute. Dann habe ich mir wieder eine Brille gekauft. Aber nicht irgendeine Brille. Sondern eine Brille mit Glas. Also damit die aussieht, als würde ich halt eine echte Brille tragen. Oh mein Gott, die steht mir so gut. Jedes Mal, wenn ich sie aufdenke, denke ich so, what? Who is she? Ich finde sie richtig cool. Eigentlich hatte ich sie mir auch in Silber bestellt. Aber anscheinend habe ich mich irgendwie ein bisschen verguckt bei der Bestellung. Und habe aus Versehen eine schwarze gekauft. Aber das macht nichts. Aber irgendwie finde ich sie ein Schatz ziemlich cool. Und ja. Wenn ich ungeschminkt manchmal bin, dann trage ich die sehr gerne. Weil dann sieht euer Gesicht irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin einfach ein ultimativer Brillenträger. Also alle, die Brillenträger tragen, ey. Ich liebe euch. Ich finde Brillenträger sehen so ästhetisch aus. Einfach. Ich kann euch nicht erklären, wieso. Aber ich finde Brillenträger einfach mega ästhetisch. Und cool. Ist einfach so. Period. Sagen sie alle. Period. Ja. Dann kommen wir zum letzten Teil. Ach nee, zum vorletzten Teil. Und zwar ist das ein Hoodie in Grau. Den kennt ihr auch schon von mir. Da steht da drauf, welche Größe habe ich hier. 4xXL. Ich hätte auch 5xXL nehmen müssen unbedingt. Der fällt bei mir ein bisschen klein. Also was heißt klein? Eigentlich eher kurz. Der ist mir zu kurz. Ich mag, wenn Hoodies oder Sweatshirts ein bisschen größer sind. Ein bisschen länger sind. Das finde ich irgendwie schöner. Und ja, wie gesagt, der ist ein bisschen kurz. Aber ich finde die Farbe eigentlich ganz schön. Ganz cool. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, was kann ich zum Material sagen? Ist ganz okay. Für 10 Euro, glaube ich, kostet der. Kostet der. Kostete er. Ist es ganz okay. Hier reibt sich nach dem zweiten, dritten Mal, glaube ich, habe ich den jetzt gewaschen, hier so ein paar Fätschen ab. Habt ihr gesehen? Warte. Lara, die was zeigen will, das funktioniert nicht. Aber vertraut einfach auf mein Wort. Ein paar Fädchen ziehen hier halt immer. Aber das ist bei den meisten Shein-Produkten tatsächlich so, dass sie nach ein paar Mal waschen und sich Fäden ziehen. Manche haben schon vorher Fäden, aber bisher hatte ich das noch nie, dass es ankam und es schon Fäden gezogen hat. Meistens eher, wenn ich die schon 2, 3, 4 Mal gewaschen habe. Aber ja, auf jeden Fall, das zu dem Soitschat. Dann kommt so ein Produkt, was ihr hinter mir seht. Und das ist ein grüner, kakifarbener Trenchcoat. Ich zeig den euch jetzt extra nicht so in der Hand, weil das ist ein langer Trenchcoat. Den kann ich euch jetzt so in der Kamera nicht zeigen, aber ich zeige ihn euch auf jeden Fall im Clip getragen. Ja, was kann ich dazu sagen? Trenchcoat, der ist sehr, sehr schön. Er ist dünn. Es ist nicht so dicker. Das finde ich gut. Also der Nachteil ist, ich habe versucht, den zu... Wie heißt das? Ich habe versucht, den mit dem Bügeleisen zu glätten. Das hatte ich so eine Schwierigkeit gehabt, weil er sehr, sehr knitterig bei mir ankam. Das hat nicht so gut funktioniert. Da müsst ihr auch unbedingt in den Schild reingucken. Und da habt ihr nicht zu hoch dem Bügeleisen drüber gehen. Sonst brennt er an. Das wollen wir nicht. Ja, ich glaube, ich habe den in 4xXL. Ich hätte den auch eine Nummer kleiner nehmen können, aber ich finde Größe halt immer schöner. Und ja, ich finde ihn eigentlich sonst ganz schön. Man sieht noch manchmal teilweise, dass es ein günstiger Trenchcoat war. Aber so für... Ne, wen interessiert es so? Ob es günstig ist oder nicht? Wenn du es ein bisschen hochwertiger stylst, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und ja. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon bei meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so sein sollte, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich freuen. Gerne kannst du auch diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn du mehr solche Hauls sehen möchtest, dann findest du das gleich hier nach diesem Clip. Und kannst du gerne mal da nachschauen. Würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.